ich habe hier eine übung vorbereitet hier geht es um schatten effekte hier die auf die grafik drauf klickt und dann erscheinen hier die bildtools mit format dann kann ich hier sagen bild effekte schatten und hier kann ich auswählen entweder sage ich keinen schatten dann ist jetzt der verschwunden oder ich sag hier schatten der soll unten erscheinen also je nachdem wo ich diesen schlag oder ausschlag dieses schattens hin haben möchte kann ich hier also eine schnell formatierung wählen ich kann auch sagen dieser schatten soll innerhalb dieser grafik hier stattfinden ich mache das hier mal ein bisschen größer also hier ist jetzt praktisch dieser schatten innerhalb dieser grafik drin während hier dieser schatten zuerst außerhalb war hier sieht man diesen kleinen rand man kann aber noch weitere einstellungen hier an schatten vornehmen hier ist der schatten hier unten und man kann ja aber noch hier auf weitere schatten gehen dann bekommt man hier ein extra fenster und hier kann man dann zum beispiel die größe noch mal einstellen die farbe des schattens kann ich neu bestimmen ich kann auch sagen wie transparent soll denn dieser schatten sein sollte hier kaum sichtbar sein oder sollte so richtig dunkel dann sein oder ich kann hier noch mit dem abstand entsprechend naja nochmal die die entfernung der der ebene wo dieser schatten dann abgebildet sein soll bestimmen ja ich kann nicht nur schatten einer grafik zu weisen ich kann auch sagen diese grafik soll einen rahmen bekommen wenn ich eine grafik besonders hervorheben möchte wenn vielleicht text drum herum fließt das hier vielleicht ganz gut wenn ihr die grafik entsprechend durch den rahmen aufgewertet oder hervorgehoben wird ich klicke auf die bild tools format und hier sieht man schon grafik rahmen ich habe hier schon mal die auswahl an voreingestellten farben wenn ich also eine farbe auswählt dann habe ich automatisch gleich diesen rahmen hier mit drin ich kann aber auch hier wieder sagen weitere linien farben und dann je nachdem was ich hier in diesem feld auswähle entsteht hier dann an linie ja nicht nur die farbe kann ich bestimmen ich kann auch hier gehen und sagen ich möchte die art dieser linie ist sie gestrichelt oder nicht gestrichelt bestimmen ich habe jetzt hier zum beispiel eine gestrichelte linie kann jetzt hier aber auch sagen weitere linien und dann bin ich hier gleich in der linien art drin und dann kann ich hier sagen okay strich punkt linie zum beispiel und ich kann auch sagen ich möchte hier die stärke dieser linie verändern ich möchte hier also einen großen rahmen haben dass das schon fast so aussieht wie ein bilder rahmen und hier kann ich aber auch natürlich noch einmal die farbe entsprechend verändern hier kann ich anhand von diesem smiley noch sehen welche weiteren formatierungen hier noch möglich sind also ich habe jetzt hier den smiley neu eingefärbt standard gemäß erscheint hier blau hier habe ich die füllfarbe auf gelb gesetzt ich habe hier entsprechenden schatten eingefügt was man hier noch machen kann ist bei den bild effekten dieses leuchten auch in einer entsprechenden farbe kann ich das dann entsprechend ändern halt dazu muss ich natürlich den graf den smiley angeklickt haben also mir waren hier bei form effekte leuchten und dann mit zum gelben leuchten kann ich das natürlich entsprechend ändern hier habe ich eine 3d drehung das wäre hier unten kann ich je nachdem was ich hier auswähle eine entsprechende drehung verursachen kann aber auch hier sagen weitere 3d drehungen und dann kann ich hier je nachdem x y z achse kann ich hier entsprechende drehungen vollführen jetzt habe ich sogar die die hintergrundseite wenn man den wieder umklappt so schaut also von unten aus ja was haben wir hier noch ich gehe mal auf den hier drauf weiche kanten das funktioniert jetzt bei diesem effekt nicht weil hier in 3d effekte hier eingestellt ist wenn ich hier mal normale linie habe und sagt weiche kante dann sieht man schon wie sich diese kante hier entsprechend ausdünnt zeigt das mal hier nochmal bei dem genau also diese kante die hat dann praktisch schon übergang ins transparente und hat keinen harten übergang so wie hier mit dieser runden mit der runden kreislinie